Eiskalte Ja, du schlägst mich ja mal runter, deswegen schaffe ich das ja auch nicht Du sitchiger SQUIDZ Oh man, jetzt will ich mich echt nur wich Guck ihn inzwischen die Beine Ich weiß nicht, ob ich das auf YouTube proklären darf Also geht das mit dem Doppelsprung, mach das bitte mal Spring genau in den Squ- ja, gucke Das geht wirklich Ja, toll Gucke Warte, lass es mal ja anlaufen Nee Wann ist das gehen? Nee, das geht wirklich Wenn du den ersten Sprung als Einzelsprung machst und dann den zweiten Hey lol, das geht wirklich ganz gut Boah, das hören die aber nicht, wie ich das schwingen soll Okay, ich probier's Nein, ganz knapp Ich will die aber nicht aufgeben, die ist nicht schwer Mann, das ist scheiße Die ist wirklich nicht schwer Alter, ich weiß nicht, was ich falsch mache So Scheiße, die haben schon eineinhalb, äh eineinhalb Stunden überzogen Ich weiß nicht, das ist nicht falsch Ja gut, jetzt bin ich nicht gespündet Eigenes Verschulden Lol, wo sind die ganzen Blöcke hin? Alter, ernsthaft Ich hab's halt drunter genauso nachgebaut Ach, das ist so herrlich Und oben hab ich zugebaut Oh Gott, man muss sagen, das war echt gut Ja, richtig lustig Das ist meine Motivation total im Eimer Und ich dachte, die steigt da durch Scheiße Fünf Updates, was verfügbar Google Play Movies, will ich nicht YouTube, brauche ich auch ein Update Chrome Browser, brauche ich nicht Google Und Crystal, Crystal von mir aus So scheiß die ganze Kack, die immer Geupdates werden will, boah Kaltes, klares Wasser Ja, Martin? Mann! Hast du versucht, die Obenkicht reinzuspringen? Ich wollte Doppelsprung machen, von oben her Na, das probier ich mal Hey, ich hab's geschafft Dann war so oder so Warte mal, wenn ich jetzt im Survival Hey, ich hab's auch geschafft Again and again Oh yeah, man Ja, das wusste halt immer wieder Bei diesem selben Scheiß springen zu müssen Oh yeah, man Dann und auch ein dumm gelabert zu werden zu müssen Ich hab den Doppelsprung geschafft Zweimal Endlich! Ich wollte es nicht aufgeben Ich bring mit dir nie wieder Adventure Mess Nervs mich Das sind dich jetzt aber nicht lieb von dir Komm, lass los Gott, kein Bock mehr da drauf Mir nervt Ah, das ist jetzt cool, was jetzt kommt Das macht Spaß Das ist jetzt Diamant Das ist jetzt nicht Wie unfair Die anderen Kisten sind alle leer Boah, endlich, man Hey, ich hab fünf Zucker bekommen Ach, das ist Special Reward Das ist Da ist eine Truhe Die ist bestimmt noch nicht geöffnet Über dir Okay, unten war ich noch nicht Doch, war ich Ah, ja Okay, das war Challenge 20 Dann kann das Wie viele Minute sind wir denn noch? 36 Dann lass noch vier Minuten aufnehmen die 21 Oder? No vices bot An easy challenge with basic jumps Wie heißt es? No vices bot Ich glaube, ich weiß, was ist Ah, ja, langsam und oft auch bald meine Festplatte volllaufen Ich kann hier nicht mehr so viel So eine einfache Challenge sein Sehr einfacher Basic Jaws Easy 21 Okay Okay Braucht es aber auch wieder mal was leichtes zur Abwechslung Ja lol Stage one Die machen wir mal einfach durch, weil die echt so leicht sind die Sprüge Mann, lass doch mal diesen Guru sein, wo es passt Nimm mich nicht Spaß Nimm mich nicht Spaß Ach, man muss da runter Ja, steht extra dran, easy Difficulty peaceful 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 Ah, so leicht waren die Challenges auch mal hier Was war? Zeiten Nichts traden So du-rum 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 jetzt so traurig start er kann man fairer die Schöne da ist es gleich mal nicht mal nicht so ganz ein ooooh Enterhaken, wo bist du? Du nenn scheiß Terak, ja Ja, aber so ein Enterhaken ist echt nicht schlecht Aber doch nicht eine Mielekraft Das ist es, ein Hexe sind die Enterhaken scheiße Mutterschlüssel Und hast es geschafft? Drei Diamanten Gigi Gib soll ich was drauf? Gib mir doch nicht Okay, wir haben noch eine halbe Minute Und wir haben das echt noch geschafft in diesen vier Minuten Challenge 21 Ich hab's jetzt auch geschafft Und die Kiste ist leer Ja Okay Aber wir haben noch Okay Verabschieden wir uns von euch Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Wenn es wieder heißt Adventure Maps zusammen mit dem Florian Und tschüss Ja Ich hab's jetzt ein Hexe